Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Chip-TAN-Generatoren. Der Qualitätssieger in unserem Chip-TAN-Generator-Test geht an den Rainer SCT-TAN-Jack. Der TAN-Jack Deluxe kann online nicht angegriffen werden, da er für seine Nutzung keine Internetverbindung benötigt. Zudem hat er einen zusätzlichen PIN-Schutz. Der Chip-Kartenleser unterstützt die Verfahren Smart-TAN-Foto sowie Chip-TAN-QR und vereint damit zwei Technologien in einem praktischen, komfortablen Generator. Das Kartenlesegerät zeichnet sich durch seine schnelle Erkennung der Farbmatrix und QR-Codes aus und arbeitet deutlich schneller als ältere Flickercode-Generatoren. Fast alle führenden Online-Plattformen bieten die Möglichkeit, sich mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung anzumelden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt ausdrücklich die Verwendung einer Zwei-Faktor-Authentisierung. Wird direkt unterstützt. Sparkassen Volks- und Raiffeisenbanken GLSDK BBW Bank. Durch ein Browser-Plugin für Firefox und Chrome kann die Liste der kompatiblen Banken erweitert werden. Mit Plugin unterstützt Sparda Banken Postbank nur Transaktionen. Initialisierungen sind momentan bei der Postbank noch nicht möglich, da die Postbank aktuell noch nicht die neueren Chip-Tan-Standards unterstützt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der reiner SCT-Tan-Jack. Der Chip-Kartenleser unterstützt die Verfahren Smart-Tan-Foto sowie Chip-Tan-QR und vereint damit zwei Technologien in einem praktischen, komfortablen Generator. Der stabile Tan-Generator verfügt über eine hochwertige Tastatur mit großen Tasten sowie ein kontrastreiches, beleuchtetes Display für Online-Banking in jeder Situation, das Kartenlesegerät zeichnet sich durch seine schnelle Erkennung der Farbmatrix und QR-Codes aus und arbeitet deutlich schneller als ältere Flickercode-Generatoren. Das Kartenlesegerät wird mit 3A-Batterien betrieben und kann dank der Stromsparenden, nachhaltigen Technik mit einem Batteriesatz bis zu fünf Jahre genutzt werden. Wird direkt unterstützt Sparkassen Volks- und Reifeisenbanken GLSDK BBW Bank. Durch ein Browser-Plugin für Firefox und Chrome kann die Liste der kompatiblen Banken erweitert werden. Sparda-Banken-Postbank nur Transaktionen. Initialisierungen sind momentan bei der Postbank noch nicht möglich, da die Postbank aktuell noch nicht die neueren Chip-Tan- Standards unterstützt. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Chip-Tan-Generator-Test ist der Kobbel-Chip-Tan-Generator. Chip-Tan optisch komfortables Online-Banking bei DKB Bank, Sparda Bank, Sparkasse, Postbank und Volksbank. Innovative Technologie und einfache Handhabung mit großer bedienerfreundlicher Tastatur mit Silikontasten. Ausgezeichnete Produktqualität und ein großes zweizeiliges kontraststarkes alphanumerisches LC-Display. Schnelle Bearbeitung der Transaktionsdaten. Dreisprachige Benutzerführung Deutsch-Englisch-Türkisch. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.